Musik Ich kenne Josef Bühringer seit vielen Jahren. Ich mag seine Art, wie er Politik macht, wie er zupackt, wie er überlegt und wie er handelt. Zum Beispiel in der Kultur, mit unseren Landesausstellungen, mit dem Neubau des Musiktheaters, dem Südflügel vom Schloss, der Landesbibliothek, der Antumbrucken-Universität und natürlich mit unseren Musikschulen. 40.000 junge Leute gehen dahin und das unterstütze ich. Und darum unterstütze ich Josef Bühringer als Landeshauptmann.